Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röhlp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xena. In der letzten Folge haben wir uns mit Mewsee gekloppt, als wir versucht haben, die Lanze von Krestnik aus dem Meer zu bergen. Und jetzt sind wir im Aladjafn. Wingold hat uns eine Falle gestellt und wollte Jude, weil er sich ja mit Maxwell treffen will, gefangen eben. Und ja, das hat uns nicht gefallen, deswegen haben wir uns mal entschieden, die Leute, die versucht haben, uns festzunehmen, zu verkloppen. Und hier ist ein Skit, Gaios Richterhand. Ja, verlieren. Gaios und Winkle sind nicht Freunde? Sie sind Freunde. Sie haben die gleichen Ideen, und sie gehen die gleichen Weg. Das ist das, was macht es so komplex. Sie sind close Freunde, und zwar, gleichzeitig, Fierce Rivals. Was bedeutet das? Ich verstehe das. Leia, du verstehst du? Nicht wirklich. Ich glaube, es ist die Dude-Version der Katte-School-Gerl. Na klar. Unberichtbare Musee. Na gut. Musee ist jetzt eine völlig andere Person. Sie war nie eine Person. Sie ist ein anderer Spirit. Sie ist nicht anders. Das war ihre wahre Natur all along. Ich weiß nicht, ob das das passiert. Warum? Sie hat nur die Erinnerungen folgt, diese ganze Zeit. Ich frage mich, was sie in der Mitte fühlt. Sie ist in der Mitte fühlt. Es könnte völlig anders sein, von ihren Anwaltungen. Sie könnte einfach verloren sein. Wie ich war. Oh, oh Gott. Hier wieder gehen wir. Don't get me wrong. Ich kann nicht vergleichen, was sie getan hat. Es ist nur... Ich weiß, ich weiß. Ein schönes Typ Jude muss ein Kilometer in den Schuhen gehen. Nur um zu erinnern, was wir hier machen. Ich weiß. Sie muss sie stoppen. Wir müssen sie stoppen. Und andächtiger Lauscher. Ja. Geil. Na gut. Wir müssen aber jetzt zum Niakera. Genau. Heiligen Kuppel. Heilig Kuppel. Na gut. Niakera. Mir schreiben. Da bin ich übrigens auch schon gegangen, aber da war nichts. Also, wer da ist jetzt irgendwas ganz Großes. Oh, nee. Oh, nein. Wieder ist weg. Jetzt bin ich echt gespannt. Was ist denn hier? Gaius und Yusei kamen hierher? Ist alles okay? Nicht nur sie. Wingo geht auch nach den Holomont. Er hat mich auch mit einem kleinen Message verlassen. Jude kann uns kommen. Geil mit ihm wie du möchtest. Ich war das Mann schnell weg, weil er sieht gut und black. Aber jetzt ist er auf meiner Hit-Liste. Also, Gaius hat dich verabschiedet, oder? Ich erwarte nicht, dass du verstehen, dass du unsere Umstände verstehst, aber bitte, wir haben jetzt nicht Zeit für das jetzt. Silence! Jude kam hierher um zu Ende, was Mila begann. Und das ist mehr so wichtig. Entschuldigung? Was? Weil ich der Hauptcharakter bin. Den Typen hab ich schon allein geschafft. Oh, das ist mir die Riese los. Schon wieder ein Boss kommt? Du kannst nicht töten, aber du kannst dich nicht mehr machen. Du kannst dich nicht mehr auf das. Das ist nur ein Gerät. Bitte, lass mich über dein Weg! Das ist nicht notwendig. Das ist nur das, was ich jetzt kenne. Das ist nur ein Gerät, das ich jetzt kenne. Das ist nur ein Gerät zu machen. Es ist nötig. Witzel auf dem Boden fallen und zack ich mach das mal den blöden Drift kaputt Jo Oh nein hier bloß weg mit einer Mystic Art oder irgendwie sowas Nein Oh Gott was ist das denn? Oh das ist nicht gut Oh Hilfe Hilfe Was hast du gemacht? Ah Oh nein Omega Nein Na warte jetzt gibt es alles auf den Maul Oh Oh Warte du Okay Planänderung Erstmal Eifert kaputt hauen Aua 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 So kann ich wenigstens Jutes Dinge mehr aufleveln Also nicht aufleveln aber einen Titel bekommen Mein Gott Muss das sein Muss das sein Aber kaum Zeit hier zu trainieren oder irgendwie sowas Ich hab ja überhaupt nicht trainiert und Wow Nein Nein Warum sind Nein Was passiert da hinten Mh Boah Verdammter Dreck Oh Ne Er ist vergiftet Ist klar Mal Wir nicht auf Ju los Mann Jetzt kann ich nichts machen Ist klar Ja Das wird wieder ein hübscher Kampf Na 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 Ha Aua Was Ich hab mich da gedreht und Nein Aha Jawohl Gut gemacht Das Spinne Soll sich das Ziel wechseln Aua 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 Und zack Jetzt aber Oh nein Und wir rennen weg 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 Nein Nein Elise Sag mal Au So jetzt bist du dran Komme Und zack Und zack Und zack Verdammt Okay dann eben mit Layer Oh So Das hat jetzt nicht weh getan Das hat dick geschehen immer Oh nein Oh nein Warte Aua Nein 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 Schimmerzahn Aufprall So Oh Gott Das hat die gar nicht getroffen Egal Dude Mann Reiß dich doch mal zusammen Nein Layer auch Auf Okay Dann noch ihr bei Aua Aua Warum bist du nicht mehr mehr für verbunden? Gibst dich doch gerade an Oh danke Ey Leia 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 Na warte den letzten Schlack den kriegst du jetzt von mir rein Nein, nix nach. Jawoll. Jetzt noch du wie ich. Ich schau jetzt auch noch in diesen Part. Das ist ja einfach angeboten, wie er es zu machen. Wenn man auch den Arzt in den Ausbildungstitel kommt. Sack. Aber das kann noch lange dauern, oder? Na komm. Mann. Was ist das überhaupt für ein Ball? Setz das Roll ein? So, jetzt kriegst du das mal wieder voll eins aufs Maul. Und zack. Schade ab, ich dachte, egal. Die beiden können aber echt viele verbundene Arzt einsetzen. Das ist richtig cool. Vielleicht 30 hatten wir gerade. Ich meine, der ist geiler Schlag. Und zack, weg bist du. Verdammt. Das ist nicht. Das ist nicht. So, jetzt kann man mal ruhig. Was, nur 3? 4. Warum hat denn... Hä? So, jetzt ist es aber erstmal genug mit dem Auskämpfen. Nehme ich an. Was? Ja. 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 Das bedeutet nicht, dass ich nicht lernen muss, wie sie sein zu sein, wie Mila und Gaius. Werden wie du nie sein wird, wie sie sie! Du bist der Mann, die die Frau Mila sterben! Ivor, du sie auch liebst. Wenn ich wirklich speziell war, dann vielleicht hätte ich sie eigentlich geschafft. Ich bin... sorry. Das Halomut ist genau nach dem Schrein. Ivor? Geh! 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 aus der ausbildung habe ich mir darum kann ich mache hier einen schnitt und wir sehen uns in diesem part von let's play tells of zilla ich bedanke mich fürs zusehen und sage ich habe es für mich